Ubrecht, du bist ein guter Mann, du schaffst für uns alle Geschenke an. Aber nicht für dich, da kannst du lange drauf warten. Hexe. Heute sind wir dann bei Türchen 6 angelangt. Ich habe jetzt gedacht, 6 hätte ja so ein riesengroßes Ding sein können als Nikolaus. Nikolausi geht ja nicht ab, traurig. Ja, nur so ein kleines Nikolausi. So meine liebe Kleine Barriere, das machen wir heute mal für dich auf, wenn ich irgendwas finde zum rausfolgen. Hier, ups, ging ja leicht. Ein kleines Love-Schild. Love. Siehst du Love auch noch? Love. Das winzigste Geschenk zu Nikolaus. Zu Nikolaus, ja. Brauche ich ja mal eine Brille, um das überhaupt sehen zu können. Lupe. Und eine Lupe. Also die kleinen Stanzmaschinen sind für solche Sachen mal ein Wort und sowas. Das machen ganz super. Das hat so viel, wie da jede Seite verwenden. Ja. Krieg ich das jetzt ruhig besser. Ja, die habe ich schon wieder irgendwo. So, Bahia. Das war ein kleines Love für dich. Bestell bitte deinem Bruder, deiner Mama und deiner Oma. Hättest du dich fast Tante gesagt, aber das ist ja meine Tante. Einen schönen Gruß. Und bleib dran. Kannst weiter gucken. Also meine Filme sind auch für dich. Also brauchst du keine Angst haben. Und in diesem Sinne bleibt alle anderen auch weiterhin neugierig, was wir noch so alles in dem Kalenderchen drin haben, was man damit alles Schönes machen kann. Wir sehen uns. Ach, schönen Nikolausi. Heute ist ja Nikolausi. Darf man ja nicht vergessen. Muss man euch auch einen schönen Nikolausi bieten. Für mich ist der Nikolaus nicht mehr schön, wenn ich eine Kinnischäcke kriege. Nee, du bist viel zu alt. Oh, ho, 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 ho.